Okay, willkommen. Welcome, my friends. Die Unterhaltung beginnt mit einem Blick auf die bevorstehende Wahl in den USA, die die politische und soziale Landschaft weltweit beeinflussen könnte. Biden vs. Trump Der politische Schlagabtausch Ernesto beschreibt die angespannte Lage in den USA, die durch eine umstrittene Bemerkung von Präsident Biden eskaliert ist. Biden nannte Trumps Anhänger Abfall, was vielerorts als respektlos empfunden wurde. Diese Bemerkung entstand während einer Veranstaltung im Madison Square Garden, bei der ein Komiker einen umstrittenen Vergleich zog und Puerto Rico als schmutzig bezeichnete. Diese Aussagen wurden als Provokationen gegen Trump-Anhänger und konservative Amerikaner interpretiert und verstärkten den Eindruck von politischer Polarisierung in den USA. Trump hingegen vertrat in seiner Rede auf derselben Veranstaltung eine gänzlich andere Haltung. Anstatt in seiner Rhetorik zu attackieren, konzentrierte er sich darauf, an die Errungenschaften seiner Präsidentschaft zu erinnern und Vergleiche zu den aktuellen Zuständen zu ziehen. Trump betonte seine Absicht, Frieden zu fördern und die Interessen der USA zu schützen. Dabei kritisierte er auch Amerikas Engagement in der Ukraine und schlug vor, dass Europa seine eigenen Interessen verteidigen solle. Nationale Interessen und wirtschaftlicher Protektionismus Trump setzte sich klar für eine nationalistische Politik ein und forderte, dass die USA ihre heimische Produktion stärker schützen sollten. Er schlug unter anderem vor, Zölle auf chinesische und europäische Waren zu erheben, um die amerikanische Industrie zu schützen und eine Autarkie zu fördern. Ernesto betont in seiner Analyse, dass die Forderungen Trumps nicht nur den amerikanischen Markt, sondern auch die europäische Industrie betreffen könnten. Trump positioniert sich als Verfechter von Frieden und Stabilität, indem er verspricht, alle Kriege zu beenden, wenn er erneut gewählt wird. Diese Position zieht Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen weltweit zunehmen. Europas Reaktion Politische und wirtschaftliche Spannungen In Europa spiegeln sich die globalen Entwicklungen wider. Die deutsche Bundesregierung unter Olaf Scholz steht vor einer herausfordernden Wahl im Jahr 2025. Scholz drängt darauf, eine diplomatische Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden, während Deutschland zunehmend unter den wirtschaftlichen Folgen des Konflikts leidet. Deutsche Rüstungsfabriken in der Ukraine sind von russischen Angriffen bedroht, was die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands zusätzlich gefährdet. Ernesto hebt hervor, dass die Wirtschaft in Deutschland unter starkem Druck steht. Der drohende Verlust von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und ein Rückgang der Exporte bedrohen die wirtschaftliche Position des Landes. Die Automobilhersteller wie Volkswagen berichten bereits von massiven Gewinnrückgängen und Schließungen von Standorten in Belgien und anderen Ländern. Handelskriege und Wirtschaftsschutz Europas Herausforderungen Ein weiterer Fokus liegt auf den wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen Europas. Ernesto weist oft auf den zunehmenden Import von Produkten wie Tomatensause aus China hin, die die lokalen europäischen Hersteller stark unter Druck setzen. Dies sei ein klares Beispielspiel für die Herausforderungen der Globalisierung und für die Notwendigkeit, lokale Produktionen zu schützen. Laut Ernesto besteht die Notwendigkeit, die europäischen Produktionsstätten und Märkte stärker zu schützen, um die wirtschaftliche Vielfalt und Stabilität zu gewährleisten. Die Europäische Union steht vor der Herausforderung, einen einheitlichen Ansatz zur Handels- und Wirtschaftspolitik zu finden, während die internationalen Spannungen steigen. Besonders die Abhängigkeit von chinesischen Importen und die Wettbewerbssituation stellen die Mitgliedstaaten vor schwierige Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Nachhaltigkeit und Autarkie der europäischen Märkte. Fortsetzung folgt. Hass, Handelsspannungen und strategische Interessen, Europas heikle Position. Die Kontroverse um Chinas Elektroauto-Zölle In einer symbolischen Maßnahme gegen den Import chinesischer Elektroautos setzte die EU ursprünglich einen 100%-Zoll an, der jedoch schnell auf etwa 47-48% reduziert wurde. Laut Ernesto Taveri ist Deutschland der größte ausländische Investor im chinesischen Automobilmarkt, ein zentraler Grund für diese Abmilderung. Deutsche Unternehmen, die stark in chinesische Produktionsstätten investiert haben, sind aus finanziellen Gründen gegen hohe Zölle. Sie könnten ihre Investitionen beeinträchtigen und die Preise für europäische Kunden erhöhen. 2. Chinas Reaktion auf EU-Maßnahmen China reagierte prompt und verhängte zusätzliche Zölle auf bestimmte europäische Luxusprodukte, wie Cognac, um dem Handelsdruck zu begegnen. Diese Zielrichtung ist nicht zufällig. Luxusgüter und Exporte dieser Art sind für Europa von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. So möchte China Druck auf europäische Entscheidungsträger ausüben, da die finanziellen Folgen erhebliche Auswirkungen auf europäische Unternehmen haben können. Es ist ein klarer Hinweis darauf, dass China bereit ist, gezielt strategische und wirtschaftlich wichtige Bereiche zu treffen. 3. Der neue Protektionismus USA und Europa Ernesto Taveri sieht Parallelen zwischen den USA unter einer potenziellen Trump-Regierung und Europa. Beide Regionen zeigen zunehmend Tendenzen zum Protektionismus. Trump plant, die amerikanische Wirtschaft durch Handelsbeschränkungen zu stärken, indem er Zölle auf ausländische Produkte erhebt und sich verstärkt auf eine nationale Produktion konzentriert. Für Europa bedeutet diese Entwicklung eine Herausforderung, da auch europäische Unternehmen von Exporten in die USA abhängig sind und eine protektionistische Politik hier ebenfalls ernsthafte Konsequenzen hätte. 4. Europas Abhängigkeit und die schlaue Strategie der USA Die beiden Regierungen hat kürzlich Investitionsrestriktionen für China in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleintechnologie eingeführt, um Amerikas technologische Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Ernesto betont jedoch, dass China bereits führend im Bereich KI sei und Taiwan eine zentrale Rolle in der Halbleiterproduktion spiele. Viele taiwanesische Unternehmen verlagern ihre Produktion bereits nach China. Sollten Handelsbarrieren zunehmen oder Ressourcen durch politische Konflikte blockiert werden, könnte China einen strategischen Vorteil erlangen, insbesondere durch die zunehmende Kontrolle über Rohstoffe und Produktionsketten innerhalb der BRICS-Staaten. 5. Ein zunehmender wirtschaftlicher und politischer Wettbewerb Die BRICS-Staaten, angeführt von China und Russland, fokussieren ihre Strategien auf die Verfügbarkeit von Energie, exklusiven Zugang zu Rohstoffen und eine kostengünstigere Produktion, um sich von westlichen Abhängigkeiten zu lösen. Chinesische Unternehmen haben durch strategische Verträge in Afrika und Asien ihre Produktionskosten gesenkt und den Zugang zu Rohstoffen und Energie gesichert. Diese langfristigen Verträge und Exklusivitäten verschaffen China und seinen Verbündeten Wettbewerbsvorteile, da sie Preise und Verfügbarkeit international steuern können. 6. Die Macht der politischen und wirtschaftlichen Eliten im Westen Ernesto spricht über die Rolle bestimmter Interessengruppen und Lobbys, die westliche Politik und Wirtschaft zunehmend beeinflussen. Solche Gruppen haben auf Preisverhandlungen und Rohstoffversorgung Einfluss genommen und die politischen Eliten in vielen westlichen Ländern, so auch in Europa, stark geprägt. Während die BRICS-Staaten ihre Ressourcen strategisch sichern, erscheinen die westlichen Gesellschaften zunehmend von kurzfristigen, profitorientierten Entscheidungen geprägt. Chinas wachsender Einfluss und die Verlagerung von Machtverhältnissen Im Gegensatz zu Europa und den USA setzen China und Russland auf lang anhaltende wirtschaftliche Allianzen und eine geringere Abhängigkeit von westlichen Ressourcen. Ein Beispiel. China bezieht russisches Gas zu einem Preis, der etwa 40% unter dem europäischen Niveau liegt, was chinesischen Unternehmen Produktionsvorteile verschafft. Chinas strategische Investitionen in afrikanische Länder und der Einfluss auf den internationalen Rohstoffmarkt sichern Peking eine führende Position und steigern seine Fähigkeit, auf die Märkte Einfluss zu nehmen. 8. Globale Machtverschiebungen Die junge Generation und ihre Perspektiven Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen stellt sich die Frage, wie die junge Generation auf eine Zukunft blickt, die durch Unsicherheiten geprägt ist. Hohe Lebenshaltungskosten, teure Immobilien und mögliche technologische Umwälzungen, wie die zunehmende Automatisierung durch Roboter, erschweren langfristige Planungen. Ernesto betont, dass junge Menschen heute häufig mit unsicheren Zukunftsperspektiven konfrontiert sind und vorsichtig beim Eingehen langfristiger Verpflichtungen sind. Diese Unsicherheit in der Gesellschaft wird weiter verschärft durch die steigende Kluft zwischen wirtschaftlichem Wachstum in Asien und den sozialen Herausforderungen im Westen. In der nächsten Ausgabe werden wir die weiteren geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des BRICS-Bündnisses analysieren, ebenso wie die Rolle Europas in einem Umfeld zunehmender globaler Rivalitäten. Welchen Aspekt der aktuellen geopolitischen Situation möchten Sie im nächsten Teil besonders hervorgehoben sehen? Gibt es Schwerpunkte, die Ernesto Taveri im Podcast noch tiefer beleuchtet? Ein Blick in die Handelskonflikte mit China und die politische Dynamik in Europa und den USA. In den letzten Jahren sind Handelskonflikte zunehmend eskaliert, insbesondere zwischen Europa und China. Ein zentraler Punkt dieser Spannungen ist die europäische Besteuerung chinesischer Elektrofahrzeuge, die ursprünglich mit einem Zollsatz von 100% veranschlagt wurde. Nach intensiven Diskussionen hat die Europäische Union diesen Zoll jedoch auf etwa 47 zu 48% gesenkt. Diese Senkung zeigt, dass die europäischen Interessen unterschiedlich gelagert sind. Deutschland als bedeutender Investor im chinesischen Automobilsektor trat für eine mäßigere Besteuerung ein, um die Beziehungen zu China zu schützen. Handelsmaßnahmen und strategische Gegenreaktionen Chinas China reagierte seinerseits auf die Zölle Europas, indem es selbst Gegenmaßnahmen in Form von Luxussteuern auf spezifische europäische Exporte ergriff, beispielsweise auf französischen Cognac. Dies verdeutlicht die Strategie Chinas. Gezielte Maßnahmen gegen Nischenprodukte, deren Verlust die heimische Wirtschaft weniger stark trifft, während Europa in seinen Exportsektoren erheblich leidet. Diese wirtschaftlichen Maßnahmen führen auf beiden Seiten zu wachsender Spannungen und einer fortwährenden Unsicherheit im europäischen Markt. Derartige Entwicklungen zwingen sowohl die EU als auch ihre Mitgliedstaaten zu strategischen Überlegungen, insbesondere in Anbetracht der protektionistischen Politik, die von den USA speziell unter Trump angestoßen wurde. Schacht die Position Europas in einer sich verändernden Weltwirtschaft Europa steht vor der Herausforderung, in einer zunehmend protektionistisch geprägten Weltwirtschaft strategisch zu handeln. Präsident Biden hat wohl auf Anraten seines Beraterteams Maßnahmen ergriffen, um Investitionen in den chinesischen Technologiebereich, insbesondere in künstliche Intelligenz und Halbleiter, zu beschränken. Während diese Maßnahme als taktisch klug gelten mag, könnte sie langfristig keine große Wirkung mehr entfalten, da China in diesen Sektoren bereits eine führende Position eingenommen hat. Zusätzlich verschärfen die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ihre Zusammenarbeit. Strategische Verträge über den Zugang zu Rohstoffen, wie seltenen Mineralien, die für die globale Technologieproduktion unverzichtbar sind, lassen China und die BRICS-Staaten im Wettlauf um Marktanteile immer stärker werden. Einen Schach? Unterschiedliche Prioritäten und wirtschaftliche Strukturen. Während der Westen mit internen und politischen Konflikten häufig auch mit unnötigen Auseinandersetzungen beschäftigt ist, arbeiten China und die BRICS-Staaten zielgerichtet an ihrer wirtschaftlichen Stärkung. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer stabilen Rohstoffversorgung, der Expansion in den Energiemarkt und der Sicherung niedriger Produktionskosten. Diese Maßnahmen lassen den globalen Markt zunehmend nach chinesischen und BRICS-Konditionen funktionieren. In Europa und den USA hingegen beeinflussen mächtige Lobbygruppen politische Entscheidungen und setzen wirtschaftliche Prioritäten. Beispielsweise führte die chinesische Produktion von Halbleitern dazu, dass amerikanische Preise in diesem Sektor unter Druck gerieten. Die Abhängigkeit Europas von teuren Energiequellen im Vergleich zu China, wo die Energiepreise rund 40% niedriger sind, macht die europäischen Unternehmen weniger wettbewerbsfähig. Die neue globale Ordnung und ihre Folgen für die junge Generation. Mit diesen wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen stehen auch die Zukunftsaussichten der jungen Generation auf dem Spiel. Die Unsicherheit, die durch hohe Wohnkosten und fehlende Stabilität entsteht, lässt junge Menschen zweifeln, ob sie langfristige Entscheidungen wie den Erwerb eines Eigenheims noch wagen sollten. Vor allem in einem Markt, der zunehmend durch Automatisierung und künstliche Intelligenz geprägt wird, wie von Elon Musk prognostiziert, fragen sich viele, wie stabil ihre berufliche Zukunft sein kann. Diese Entwicklungen lassen eine grundlegende Frage offen. Wie sollen sich die Menschen in dieser neuen, unsicheren Weltordnung orientieren? Die Realität des Greenwashings und die Zukunft der Mobilität. Ein tiefer Einblick. Greenwashing, das den öffentlichen Diskurs durchdringt, wird oft als Weg gesehen, nachhaltige Projekte zu fördern. Doch was bedeutet es wirklich für Unternehmen, die sich auf eine vermeintlich grüne Wirtschaft ausrichten? Und wie sieht die Zukunft der Mobilität in einem Zeitalter aus, in dem alternative Brennstoffe und die künstliche Intelligenz Einzug halten? Diese Fragen sind nicht nur für Unternehmen von Bedeutung, sondern auch für den Alltag und die langfristige Zukunft unserer Gesellschaft. Greenwashing und die Mobilität von morgen. In internationalen Kongressen und Treffen stehen oft grüne Projekte im Vordergrund. Unternehmen und Politiker rücken ihre Nachhaltigkeitsprojekte ins Rampenlicht und heben ihre grünen Initiativen hervor. Doch trotz des großen Zuspruchs steht die Elektromobilität aufgrund fehlender Infrastruktur für Ladestationen und hoher Batteriekosten zunehmend in der Kritik. Die mediale Aufmerksamkeit und das politische Engagement für Nachhaltigkeit können oberflächlich erscheinen, da viele dieser Projekte an grundlegenden Problemen leiden. Neue Wege mit alternativen Brennstoffen und künstlicher Intelligenz. In den letzten Jahren haben führende Automobilhersteller begonnen, in alternative Brennstoffe wie Wasserstoff zu investieren. Während die elektrische Mobilität von vielen Herausforderungen geprägt ist, könnte Wasserstoff eine nachhaltige Lösung bieten. Länder wie Australien und Neuseeland investieren bereits in Wasserstofftankstellen. Und Toyota entwickelt Modelle, die Wasserstoffbetrieben funktionieren. Hier wird klar, das Interesse und die Innovationen im Bereich alternativer Energien nehmen Fahrt auf, während die Probleme der Elektromobilität deutlicher zutage treten. Der wachsende Energiebedarf betrifft jedoch nicht nur die Mobilität. Auch die künstliche Intelligenz, die immer mehr Aufgaben automatisiert, stellt hohe Anforderungen an die Energieversorgung. Die Integration von AI-Technologie in vielen Bereichen des Arbeitsmarktes deutet darauf hin, dass immer weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird. Dies wirft Fragen auf, wie etwas, ob und wie Zuwanderung als Lösung für Fachkräftemangel dienen kann, wenn doch Maschinen zunehmend menschliche Arbeit ersetzen. Politische und wirtschaftliche Herausforderungen Die Rolle der Minikernkraftwerke Die erneute Diskussion um Atomkraft zeigt, dass Minikernkraftwerke eine mögliche Lösung für den steigenden Energiebedarf darstellen könnten. Trotz des negativen Rufs der Atomkraft zeigen die Investitionen großer Konzerne, dass sie Atomenergie in Form kleiner Reaktoren für zukunftsträchtig halten. Neben der Atomkraft könnte auch Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen, denn er wird bereits in Ländern wie Australien und Japan genutzt. Toyota, das früh auf Wasserstoff als Antrieb gesetzt hat, könnte von dieser Entwicklung profitieren. Die Schattenseite der Energieliberalisierung Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Liberalisierung des Energiemarktes. Anstatt zu einer günstigeren und faireren Energieversorgung zu führen, hat diese Entwicklung die Preise für Verbraucher in die Höhe getrieben. Die vielen Zusatzkosten, wie etwa für Systemdienstleistungen und den Rundfunkbeitrag, sind auf der Stromrechnung sichtbar und zeigen die Komplexität und die Belastung für die Verbraucher. Die politische Entscheidung, die Energieversorgung zu liberalisieren, hat, entgegen den Erwartungen, nicht zu niedrigeren, Hocknersten, sondern zu höheren Kosten geführt. Ein Blick auf die bevorstehenden Wahlen und die internationale Lage. Die kommenden Wahlen in den USA werden voraussichtlich bedeutende Auswirkungen auf die internationale Politik und die Zukunft vieler Länder haben. Es ist zu erwarten, dass internationale Überraschungen auf uns zukommen werden, die möglicherweise auch wichtige Entwicklungen für Europa mit sich bringen. Die Entscheidungen, die auf globaler Ebene getroffen werden, könnten weitreichende Konsequenzen für die Energie- und Wirtschaftspolitik vieler Länder haben. Abschließend ist festzuhalten, dass der Diskurs um Greenwashing und alternative Energien eine Einladung ist, kritisch über die Entwicklungen nachzudenken, die unseren Alltag und unsere Umwelt beeinflussen. Es ist nicht nötig, allen Meinungen zu folgen, sondern vielmehr der Aufforderung nachzukommen, die Situation mit einem differenzierten Blick zu betrachten.